Was hast du mit dem Ding vor? Woher weißt du, dass ich hier bin? Wo du dir herst, will ich wissen. Egal. Ich weiß, was du vorhast. Und egal, was die Jungs von dir erwarten, tu es nicht. Das kapierst du nicht. Ich muss es tun, wenn du die Tankstelle überfällst. Jetzt gehst du in den Bau. Aber alles umsonst. Die denken, ich traue mich nicht. Aber ich werde es ihnen zeigen. Die haben mich unterschätzt. Die interessieren sich einen Scheiß für dich. Merkst du das nicht? Den bist du völlig egal. Nur eine Nummer. Sonst nichts. Paul. Denk nach. Finde da eine Lösung für alles. Komm, gib her. Niemand sagt mir, was ich tun soll. Okay, verstehe. Das bist du da was. Und? Wie fühlt sich das an? Was ist da los? Knall dich ab. Ist der ganze Scheiß endlich vorbei. Was ist das? Was ist das, was du willst? Was ist das, was du willst? Ich kenn die ganze Scheiße. Ich kenn die ganze Scheiße. Ich kann nicht mehr. Ja. Vergiss nie, wer deine wirklichen Freunde sind. Es ist so schwer, das Richtige zu tun. Niemand hat gesagt, dass es leicht sein wird. Zusammen schaffen wir das. Was ist das? Glaub an dich. Glaub an dich. Glaub an dich. Glaub an dich.